So, hallo zusammen, einen schönen Tag. Ich bin der Franz von Shory München. Ich bin mit dem Toni am Set. Ich bin für den Ton und das Licht zuständig. Und wir schneiden natürlich dann nachher auch das Material gemeinsam am Computer. Ich bin dann über Skype zugeschaltet. Und wenn du jetzt zu uns kommst, dann schauen wir uns erstmal deine Bilder oder dein Videomaterial an. Wenn du kein Videomaterial hast, dann macht das überhaupt nichts. Uns fällt auf jeden Fall was ein. Uns kommt dann schon eine Idee, die wir dir präsentieren können. Und dann sagst du entweder, ja, super, gefällt mir, klasse. Oder wir entwickeln einfach was weiter. Es wird auf jeden Fall dann am Schluss die Idee produziert, hinter der du stehst, hinter der wir stehen. Und die dich einfach in ein interessantes und spannendes Licht rückt. Und diese Idee geben wir dann an.